Hallo, guten Morgen meine Lieben. Ist das so schön, wenn das so ruhig ist? Ich kann es euch sagen, das war gestern ja die Rheinische Schocktherapie. Der Zug ist an unserer Haustür vorbeigezogen. Mit so viel Krach und Radau. Habe ich zu meinem Frau Linke gesagt, muss ich raus Kugel gehen, die schmeiße Leckerlis. Frau Linke hat gesagt, okay, ich mache dich an die Lein, kann ich Kugel gehen. Ich die Treppe runter, mich rumgedreht, die Treppe wieder hoch. Und hinter die Haustür haben die dir zugemacht und gesagt, Nö, das mache ich nicht mit, das ist mir zu laut. Ja, und Leckerlis haben sie sowieso keine geschmeißt. Ja, das war ja eigentlich meine Intensation, dass die Leckerlis schmeißen. Und haben sie nicht gemacht. Nur tonneweise haben sie Karamelle und Schokos und so, das haben sie geschmeißt. Und zentenweise haben sie die Fettis geschmissen. Alles auf der Börse steigt. Hat nachher ein bisschen weggemacht. Naja, jetzt ist jedenfalls der Rummel mit Dol Dol, Alarv und Helau vorbei. Und wir haben ein ganzes Jahr unser Ruh. Und das finde ich gut. So, und ich wünsche euch auf jeden Fall einen ruhigen Aschermittwoch. Ja, ha. Tschüss, euer Merlin.